Bist du zu arm? um dir eine Playstation ein Handy oder ein PC zu holen um da auf Fortnite zu spielen dann mach dir keine Sorgen dieses Tutorial ist für dich auf jeden Fall den Scheiß erstmal loswerden nämlich zeige ich euch heute wie ihr Fortnite auf einer Nintendo Gamecube spielen könnt dafür braucht ihr eine CD die ich in die Beschreibung legen würde und hier seht ihr sie Fortnite 100% echt echt und mit der könnt ihr Fortnite auf der Gamecube spielen sie kostet aber 70 Euro aber das ist uns egal aber es funktioniert direkt nämlich ist es so wie ob würdet ihr jemanden bei der Tankstelle nach Paysafe Karten fragen nein nicht so sondern ihr müsst sie streicheln und überzeugen das gefällt dir ne wenn die Gamecube nur unglücklich ist könnt ihr sie anmachen und dann wird sie loslegen auszurechnen oh sie arbeitet und Fortnite wird jeden Moment geladen ein 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 ein